Gott begegnet Jakob Teil 2 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen Jakob musste seine Heimat verlassen, weil er seinen Bruder Esau betrogen hatte und deswegen Angst vor ihm hatte. Auf seiner Reise schlief er eines Nachts im Freien. Im Traum sah er eine große Treppe. Sie ging hinauf bis in den Himmel. Auf ihr gingen Botschafter Gottes, die man auch Engel nennt, hoch und runter. Ganz oben war Gott zu sehen. Der sagte zu Jakob, ich bin der Gott von Abraham und Isaak. Ich werde dir viele Nachkommen schenken und dir das Land, auf dem du gerade liegst, geben. Außerdem werde ich dich beschützen. Als Jakob am nächsten Morgen aufwachte, war er so begeistert von seinem Traum, dass er den Ort, an dem er war, Haus Gottes nannte. Das ist der Ort, was ich bin NOW. Untertitelung des ZDF, 2020